So finden Sie den richtigen Mangalgrill. Ein Mangalgrill ist ursprünglich ein Holzkohlegrill, der in Osteuropa, im Kaukasus und in türkischsprachigen Ländern zum Garen von Schaschlik verwendet wurde. Er ist für die Zubereitung von russischem oder türkischem Schaschlik, aber auch für das Grillen von Kebab oder Köfte konzipiert. Der Mangalgrill ist mittlerweile auch hierzulande ein beliebtes Grillgerät. Die klassischen Mangalgrills sind Holzkohlegrills. Sie lassen sich in der Regel schnell aufbauen und in Betrieb nehmen. Als Grillfan wissen Sie wahrscheinlich, dass die Holzkohle und die Glut dem Grillen der Schaschlikspieße erst die richtige Atmosphäre verleihen. Man sagt nicht umsonst, dass gut Ding Weile haben will. Das Anfachen der Glut und das Warten, bis die Holzkohle auf Temperatur ist, gehören zum Grillerlebnis dazu. Ein Mangalgrill besteht typischerweise aus folgenden Grundkomponenten. Aus einem Grillgehäuse mit Standbein, aus einer Kohlewanne, aus einer Auflagemöglichkeit für die Spieße, zum Beispiel Einkerbungen am Grillgehäuse und natürlich den Spießen. Wenn Schaschlikspieße gegrillt werden, werden sie direkt über der Glut gegrillt. Ein Grillrost wird nicht zwingend benötigt, wird aber meistens zu einem Mangalgrill mitgeliefert. Jetzt fehlt nur noch die Holzkohle und das marinierte Fleisch und Sie können im Prinzip loslegen. Mangalgrills mit Gas Eigentlich schreibt die Tradition für einen Mangalgrill den Einsatz von Holzkohle vor. Aber Gasgrills kommen immer mehr in Mode. Sie sind schneller einsatzbereit als Holzkohlegrills und lassen sich über die Gaszufuhr in ihrem Temperaturverhalten schnell und einfach regeln. Gasgrills werden meist nicht als spezielle Schaschlik- oder Mangalgrills angeboten. Das heißt, Sie müssen in der Regel nachrüsten. Sie können sich beispielsweise einen Metallrahmenaufsatz für den Rost besorgen, auf dem die Spießenden dann aufgelegt werden. Dadurch lassen Sie sich dann einfacher drehen und wenden. Der Grillmotor Neben den Basisausführungen eines Mangalgrills gibt es schon viele Schaschlikgrills, die mit einem Antrieb ausgestattet sind, der mehrere kleine Grillspieße gleichzeitig und vor allen Dingen gleichmäßig über der Hitze rotieren lassen kann. Dies wird mittels eines zentralen Antriebs, in der Regel eines Elektromotors, bewerkstelligt. Wenn Sie in der freien Natur grillen wollen, dann gibt es auch Grillmotoren, die mit Akku- und über USB-Schnittstelle mit Strom versorgt werden können. Bei den Mangalgrills ohne Motor haben Sie zwei Alternativen zum Drehen und Wenden der Spieße. Im Gehäuse gibt es oberhalb der Kohlewanne Aussparungen oder Einkerbungen, in die die Grillspieße eingelegt werden. Sie können so manuell gedreht werden. Natürlich können Sie Ihre Fleischspieße auch auf einen normalen Grillrost legen und Hände schwenden. Sie werden damit aber niemals diese Gleichmäßigkeit erzielen wie mit einem Elektromotor. Der Spießdreher ein wichtiges Zubehör für einen einfachen Mangalgrill Wenn Ihr Mangalgrill nicht über einen Grillmotor verfügt, dann kann dieser als Grillaufsatz nachgerüstet werden. Wenn Sie nur einen herkömmlichen Grill mit Rost besitzen, dann können Sie auch einen Grillaufsatz nachrüsten, der Ihnen das manuelle Drehen der Spieße ermöglicht. Viele Grills, die nicht als Mangalgrills deklariert sind, lassen sich auf diese Weise tunen. Wenn Sie die Ausmaße kennen, finden Sie zahlreiche Spießdreher, die sich auf einen Holzkohlegrill aufsetzen lassen. Ein elektrisch betriebener Spießdreher besteht meistens aus einer meist rechteckigen Halterung, mehreren Spießen, einer Antriebsmechanik für die Spieße und dem Grillmotor. Welche Maße hat ein Mangalgrill? Die Abmessungen sind ein wichtiges Kriterium, die einen Mangalgrill ausmachen. Andere Grills weisen alle möglichen Formen an runden und rechteckigen Grillrosten auf. Der Mangalgrill wird durch seine Stimmung, also das Grillen von Schaschlikspießen, in eine längliche Rechteckform gezwungen. Die Grillfläche muss schmal genug sein, damit die Spieße an beiden Enden überstehen und aufliegen können. Und sie muss breit genug sein, damit viele Spieße nebeneinander passen. Typischerweise ist ein Mangalgrill etwa doppelt so breit wie tief. Dazu haben wir unter dem verlinkten Blogbeitrag auch einige Mangalgrills vorgestellt. Schauen Sie sich doch einmal auf unserer Homepage Schwenkgrill ABC um. Abonnieren Sie auch gern unseren Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Eine gute Bewertung und ein netter Kommentar würden uns ebenfalls freuen. Viel Spaß beim Grillen und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017